Das war das Radio Salü Open Air beim Starspektakel 2009. Bis dann, ciao! Hallo, ciao a tutti, ich bin Nebio. Die Band hat sehr viel Spaß gehabt, ich habe sehr viel Spaß gehabt und das war ein sehr, sehr schöner Abend. Grüßen Sie bitte uns die Jungs von Alphaville! Hallo, mein Name ist Manuel Goldsch von Alphaville und ihr habt supertoll mitgerockt. Raus, wir lieben dich! Du bist die ganze Drecksau! Drecksack, hier ist euer Marc Metzloch bei Radio Salü. Ich wollte euch salen, der Drecksack nur sage, ich fühle mich total geehrt. Vielen, vielen Dank! Alle Fotos auf salü.de